Nimm eine zerbrochene Puppe aus einem Haufen Zeug. Mache sie sauber. Entferne den Rest der Haare. Male die Augen. Wow, was für ein Ausdruck! Eine rosafarbene Perücke sieht toll an ihr aus. Zieh der Puppe ein rosa Kleid an. Wow, ein Drahtunnel! Befestige ihn anstelle der Arme. Mami kann alles bekommen, was sie will. Das ist ein lustiger Hund. Lange Luftballons werden sich als nützlich erweisen. Bedecke damit den Rahmen der Arme. An den Füßen befinden sich rosa Schuhe. Mami hat Hände. Oh, wie ungewöhnlich. Manschetten aus Haargummis werden die Befestigungspunkte abdecken. Mami Long Legs, wow! Mami ist in den Supermarkt gegangen, um Lebensmittel einzukaufen. Dank ihrer langen Arme kann sie alles holen, was sie will. Das oberste Regal zu erreichen ist einfach. Mami hat schnell einen vollen Korb geholt. Ups, wie lustig! Sie und ein Typ brauchen die gleiche Schachtel. Oh, du bist so schön! Nimm diesen Strauß! Danke! Wir haben ein neues glückliches Paar. Du musst beim Putzen Handschuhe tragen. Hm, tolles Material für unser neuestes Werk. Wir haben Teile für Handschuhe. Es ist fast fertig. Die Größe für Mami. Sie ist schockiert. In der Küche herrscht ein solches Durcheinander. Oh, wir haben schon eine Weile nicht mehr geputzt. Es ist Zeit zu arbeiten. Aber meine Hände... Hm... Ja, genau! Ich habe perfekte Handschuhe für die Hausarbeit dabei. Mami hat den ganzen Müll und das schmutzige Geschirr eingesammelt. Ein bisschen Mühe und die Küche ist sauber. Oh, alles ist blitzblank. Das habe ich toll gemacht. Jetzt kann ich mich entspannen und einen Tee trinken. Alles dank der Super-Handschuhe. Wähle die richtige Truhe. Hier, das ist die richtige Truhe. Nimm den Deckel ab. Mach Regalbretter rein. Kugeln aus Modelliermasse begannen mit Glitzer zu funkeln. Wir haben süße bunte Eier in einem Nest gemacht. Bestreue das Dach mit Moos. Irgendwo gibt es auch Blüten. Male eine Blisterpackung an. Fülle den Futterautomaten mit Futter und Wasser. Ein Vogelhaus wird die Vögel glücklich machen. Oh, sieht aus, als wären die kleinen Vögel aus dem Nest gefallen. Pass auf, die Kätzchen sind schon ganz nah dran. Weg mit euch. Du Ärmster, ich helfe dir nach Hause zu kommen. Hier, alles ist wieder normal. Werdet groß und stark. Mami gab den Vögeln gesundes Futter. Ah, was für ein schöner Tag. Ich habe etwas Gutes getan. Wow, ein Regenbogen aus Eis stielen. Nimm zuerst die lila Spieße. Baue den Rahmen für einen Liegestuhl zusammen. Befestige lange Armlehnen an den Seiten. Mami braucht einen Urlaub. Unsere Heldin ist ans Meer gefahren. Nach dem Schwimmen ist es Zeit, sich zu sonnen. Aber die normalen Liegestühle sind nicht gut für sie. Sie kann nirgends ihre Arme ablegen, wie unbequem. Ich weiß, was du brauchst. Danke. Ah, danke. Das ist ein toller Service. Jetzt könnt ihr die Zeit zusammen genießen und auch Cocktails trinken. Oh, wer ist das? Male das Haar des Babys rosa an. Bestreue es mit Glitzer. Das zweite Baby sieht genauso aus wie Mami. Ziehe das Band zusammen, um einen großen Kragen zu bekommen. Ziehe rosa Schuhe an. Dekoriere das Kleid mit Sternen. Die Babys sind bereit, Spaß zu haben und zu spielen. Die Zeit verging. Ihre Kinder wurden geboren. Die Babys haben im Zimmer gespielt. Die Mädchen wollen nicht mit ihren Spielsachen spielen. Langweilig. Die Mutter fand eine andere Beschäftigung für ihre Töchter. Lasst uns Verstecken spielen. Ich fange an. Die Babys verstecken sich. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Fertig oder nicht? Hier komme ich. Dank ihrer langen Arme kann Mami die Kinder überall erreichen. Aber Mami, wie machst du das denn? Nimm eine Keksdose. Bedenke sie mit glitzerndem Schaumpapier. Hänge die Vorhänge an eine Stange. Was für eine wunderbare Winterszene. Verwende Ohrringbefestigungen, um die Vorhänge zu sichern. Deine Lieblingsfiguren aus Frozen kommen auf die Bühne. Die Schauspieler des Puppentheaters werden eine tolle Show aufführen. Die Kinder sind gelangweilt. Aber Mami lässt sich immer etwas einfallen, was Spaß macht. Ich habe eine Idee. Lasst uns ein Puppentheater machen. Was ist das? Erkennst du diese Figuren? Wow, die sind aus Frozen. Ja toll. Nun sollen wir anfangen. Vor langer Zeit lebten zwei Schwestern in Arendelle. Anna und Elsa. Eines Tages verlor Elsa die Kontrolle über ihre Gabe und froh das ganze Königreich ein. Und sie ging weit in den Wald hinein. Nachdem sie den ganzen Wald durchquert hatten, landeten die Freundinnen in einem eisigen Schloss. Anna und ihre Schwester versöhnten sich und sie überredete Elsa zurück in die Stadt zu gehen. Die Liebe brachte Elsas gefrorenes Herz zum Schmelzen. Happy End. Wow, Mami, das war so cool. Die Töchter beschlossen eine Show für ihre Mami zu machen und sie haben sogar ihre eigenen Puppen gemacht. Gut gemacht, das war wirklich interessant. Wähle eine kaputte Puppe. Schneide den unteren Teil ab. Das Baby hat sich in eine Schaufensterpuppe verwandelt. Installiere es auf einer Plastikbox. Wir müssen nur noch die Haare hinzufügen. Schmücke die Schaufensterpuppe mit Strasssteinen und fixiere das Make-up. In der Box befinden sich Werkzeuge für junge Stylisten. Die Kinder haben Mami's Schminkspiegel gefunden. Lasst uns euer Make-up machen. Oh, Glitzer. Wir sind wunderschön. Oh, nein. Ihr müsst lernen, wie man sich schminkt und mit Accessoires umgeht. Hier, übt an der Schaufensterpuppe. Die Mädchen haben einen schicken Look für die Puppe entwickelt. Oh, die sieht so gut aus. Prima gemacht. Lass uns ein kaputtes Fahrrad umbauen. Bedecke den Rahmen mit Holzbrettern. Wow, es glitzert so schön. Sichere Plastiksitze. Die Zäune werden dich nicht fallen lassen. Auf der Vorderseite befindet sich ein Korb mit Blumen. Ein niedliches Tandem-Fahrrad ist eine lustige Art, Zeitdrossen zu verbringen. Mutter und Tochter kommen in den Laden, um ein Fahrzeug für ihre Kinder auszusuchen. Schau dir dieses Modell an. Aber das Moped ist zu klein für die ganze Familie. Ein Flugzeug? Das ist cool, aber nicht sicher. Ich erinnere mich. Vor kurzem gab es eine neue Lieferung. Ein Fahrrad für drei Personen. Aber leider hat der Hersteller das Rad zu weit entfernt eingebaut. Ja, es ist wie für mich gemacht. Wir werden es nehmen. Danke für deinen Einkauf. Die Familie geht in den Park. Sie wollen es ausprobieren. Mami und die Kinder sind glücklich. Wähle Perlen. Der Draht geht gleich durch die Öffnung. Wir haben ein süßes Armband aus Draht und Perlen gemacht. Jedes hat sein eigenes Design. Wir haben viele neue Accessoires hergestellt. Für jeden Geschmack ist etwas dabei. Das Paar hat ein romantisches Date. Schatz, Überraschung! Wow, das ist so süß! Ein Mädchen kommt mit einem Tablett voller handgefertigter Accessoires vorbei. Der Mann möchte seiner Partnerin etwas Nettes schenken. Ich nehme es. Thank you. Aber es gibt ein Problem. Ein Armband hat sich an ihrem langen Arm verirrt. Das ist nicht richtig. Ich nehme alle. Endlich kannst du die ganze Schönheit sehen. Mami sieht sehr hübsch aus. Und die Händlerin freut sich, etwas Geld zu verdienen. Welche Farbe wählen wir? Gelb. Mach ein langes Stück. Male es in warmen Farben an. Füge Riemen und Perlen hinzu. Es ist so unbequem, mit so langen Armen in einer Duschkabine zu stehen. Das Duschen ist eine Herausforderung für Mami Long Legs. Zum Glück hat sie einen riesigen Schwamm. Mit dem kannst du dir ganz einfach den Rücken waschen. Oh, das hat Spaß gemacht. Mein Körper ist schön und sauber. Alles dank des tollen Schwamms. Aber ich muss noch eine größere Duschkabine kaufen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.